hallo ihr lieben und herzlich willkommen zur schnitzel show ich habe euch heute eine übung mitgebracht mit der ihr die brustmuskulatur trainiert die schultern die oberarme aber auch die stützkraft in euren handgelenken und um die geht es mir heute ganz besonders stutzkrafttraining stärkt handgelenke ist aber auch stutzprophylaxe wir machen gemeinsam eine übung die in ganz ganz vielen varianten zu verändern geht und natürlich schwieriger zu machen geht ich mache heute aber ganz bewusst weil es mir ja um die handgelenke und die stutzkraft geht eine ganz einfache variante davon wer das gerne für sich schwieriger ausprobieren will der kann das gerne machen ich möchte aber wirklich eine einfache variante machen damit wir den fokus auf die handgelenke und die stützkraft legen können ihr braucht eine matte ein stück teppich eine decke die ihr euch auf den boden legt und wer probleme mit seinen knien hat der darf gerne ein kissen oder noch eine decke drunter legen unter die knie um dort ein bisschen schutz zu schaffen und ein bisschen zu polstern kann es losgehen wir gehen alle gemeinsam in den vier füßler das heißt wir nehmen die knie hüftbreit auseinander die füße hüftbreit auseinander und stützen mit den händen vorne ab achtet darauf dass der po über den knien ist dass eure hände genau unter der schulter stehen dass eure finger leicht geöffnet sind und dann versucht eure ellbogen ein bisschen nach außen zu drehen so dass wir in der ellbeuge drin ein kleines bisschen luft haben dann lasst euer brustbein ein bisschen nach hinten oben richtung decke schweben und versucht den hinterkopf zu heben sollt das gefühl haben ihr könntet mit dem hinterkopf nach oben an die decke gelangen eure lendenwirbelsäule soll parallel zum boden sein das ist die grundposition ich weiß es ist manchmal ein bisschen nervig grundpositionen aufzubauen mit mir weil ich da sehr genau bin aber ich denke für den erfolg der übung ist es wichtig dass wir uns gut positionieren seid ihr alle bereit wir nehmen den blick nach unten zwischen die fingerspitzen und heben noch einmal den hinterkopf schön weit nach oben bauen ein bisschen bauchspannung auf heißt wir ziehen den bauchnabel auch noch richtung decke und dann machen wir nichts weiter wie kleine stützübungen wir gehen mit dem schultergürtel tief und wieder hoch schickt eure ellbogen dabei nach außen weg von euch zieht eure schultern nach hinten zum po und dann soll nicht euer po mit nach vorne kommen sondern euer po und eure oberschenkel bleiben in ihrer position wir beugen tatsächlich nur im arm und jetzt achtet darauf dass nicht euer kinn zum boden will ich mache das einmal falsch damit ihr seht was ich meine nicht mit dem kinn zum boden sondern wenn dann möchte die stirnrichtung boden wir machen hier noch gemeinsam vier und drei achtet auf eure bauchspannung wenn ihr tief geht noch zwei ein letzter und dann bleibt ihr oben und jetzt wechseln wir mit der richtung der ellbogen und zwar sollen eure ellbogen jetzt nicht zur seite ziehen sondern nach hinten richtung knie ja dreht eure ellbogen also ein bisschen und dann machen wir dieselbe übung wir gehen tief und wir kommen hoch wir gehen tief und wir kommen hoch wir lassen den po wieder über den knien bauchspannung halten ellbogen ziehen nach hinten richtung knie richtung füße wenn ihr nach oben kommt hinter kopf und brustbein wieder zur decke schweben lassen bauchspannung halten ihr könnt auch wenn ihr schon ein bisschen besser damit zurecht kommt wenn ihr tief geht ausatmen wenn ihr hoch kommt einatmen ellbogen schieben immer noch nach hinten zu den knien wir machen hier auch noch vier und noch drei und noch zwei und eine letzte wiederholung wenn ihr oben seid habt ihr schon geschafft für heute das war unsere kleine stutzkraft übung wenn ihr davon noch mehrere varianten haben möchtet schreibt uns wir versuchen das alles in unserer kleinen schnipsel show zu verarbeiten na dann viel spaß mit eurer stutzkraft mit eurer handgelenk übung und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin wenn euch unsere videos gefallen dann abonniert sehr gerne unseren youtube kanal dort findet ihr alle videos die wir bereits gemacht haben und ihr könnt euch über das glöckchen über neue videos die dazukommen informieren lassen wir freuen uns dankeschön